Mann in der Kneipe, total besoffen. Fällt da runter auf den Fußbogen, krabbelt durch die ganze Kneipe, über den Bürgersteig, über die Straße rüber, Haus, nächstes Haus, die Treppe hoch, krabbelt er ins Bett, nächstes Morgen wird er wach. Seine Frau. Sag mal, kann das eigentlich, dass du gestern wieder tierisch besoffen warst? Oder wieso? Ja, gerade mal der Wirt angerufen, dein Rollstuhl steht noch am Tresen.